Was in diesem Video passiert? Du bist schlecht, Mann. Warum bin ich jetzt schlecht? Jetzt hör auf damit, ich hab langsam keinen Bock mehr. Hä, wieso hast du keinen Bock mehr langsam? Ne, jetzt lass mich. Hör auf damit. Ey, du pickaxe mich gleich. Ey, Mann, hör auf damit jetzt. Yo, Leute. Was geht? Flakes hier. Ihr wisst ja alle, dass Zeyno mich letztens zusammen mit Tamo geprankt hat. Und ich dachte mir, jetzt bekommt sie alles zurück. Ich hab zu ihr gesagt, dass ich mit ihr zusammen ein Video aufnehme. Und zwar einen Deathrun. Und wer diesen Deathrun zuerst gewinnt, bekommt 1000 Euro. Aber Leute, ich wär ja nicht Flakes, wenn ich mir einen Deathrun aussuche, wo ich sie mit einem Schlag pickaxen kann. Das heißt, sie wird diesen Deathrun nie schaffen und komplett ausrasten. Mal schauen, wie ihre Reaktion ist. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ich werd mich jetzt entmuten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und tragt auf Ehre meinen Creator Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Zeyno, bist du da? Mhm, ich bin da, Flexi-Boy. Also, du weißt, es geht um 1000 Euro? Oh mein Gott, ja, ich bin voll aufgeregt. Period. Und ich hab extra einen leichten Deathrun ausgesucht. Der hat nur 20 Level. Und der, der als erstes gewinnt, bekommt 1000 Euro. Ja, das schaff ich schon easy. Ähm, dein Ernst, Zeyno? Hey, ja, period. Jetzt komm, lass uns anfangen, okay, bitte? Okay. Warte. Let's go. Nein, die zählen bis 3. Was für 3? Komm, es geht um 1000 Euro. Jetzt komm einfach hierher, Mann. Oh Mann. Sie will bis 3 zählen. Danke. Zeyno, ich stehe in Ernst. Das ist unfair. Das darf man nicht machen. Nee, was ist denn... Ja, Karma hast du bekommen. Oh Mann. Okay. Ey, was machst du? Ja, ich... Ist das dein Ernst? Ich muss doch jetzt dieses Level hier schaffen, okay? Ja, okay. Ey, hör auf damit. Hey, ich mach doch gar nichts. Ich mach doch gar nichts. Ich musste nur hier durch, weißt du? Okay, okay. Aber... Aber ich? Ich? Oh nein. Ich schaff das nicht. Kannst du mir helfen? Ähm... Kannst du mir helfen? Bitte. Du weißt, dass es um 1000 Euro geht? Ey, bitte. Komm schon. Hä? Ein Period, bitte. Hab's geschafft. Oh mein Gott, warte kurz. Oh. Ähm, okay, warte. Das war... Das war... Äh... Ich hatte Lags. Warte kurz. Ah, okay. Du hattest Lags. Ja, soll ich jetzt wirklich auf dich warten, oder was? Ja, ja, warte kurz. Bitte, warte. Es ist unfair, Mann. Hä, warum unfair, Mann? Es geht um 1000 Euro. Ich hab hier ein Easy Death Friend rausgesucht. And Period, jetzt chill mal. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Okay. Ich muss es schaffen. Zeldosh, warum pickaxe du mich? Ja, weil ich... Ich weiß, aber nicht du. Du bist eh schlecht. Was hast du gerade gesagt? Du bist eh schlecht. Ey, was machst du? Ehm, Period. Ey, hör auf damit, bitte. Oh Mann. Hör auf. Ey, dein Ernst. Das ist unfair, was du hier gerade machst. Ey. Okay, Zenos. Wenn du jetzt nicht aufhörst. Ja. Du weißt, dass es um 1000 Euro geht. Du hast Vorsprung, wenn du jetzt vorgehst. Mhm. Ey. Scheiße. So, ich geh vor. Egal, mir egal. Nein, bitte warte auf mich. Bitte. Ey, was machst du? Ich musste hier was gucken und das war auszusehen, weißt du? Okay, okay. Ey, bitte hör auf. Bitte hör auf. Hä? Wieso kommst du hier nicht hoch? Ich weiß nicht. Flexi-Ball, bitte hör auf, bitte. Bitte hör auf. Ja, okay, ich hör auf. Ich geh weiter. Ey, bitte hör auf. Ey, ich schlief gleich. Hä, warum liefst du, Mann? Es geht um 1000 Euro, Mann. Dein Ernst? Nee, das ist mein Geld und nicht dein Geld. Bitte jetzt geh weg. Äh, wieso ist das dein Geld? Ist das dein, dein Ernst? Das ist mein Geld. Ja, wenn du Erster wirst. Ja? Ey, Mann, jetzt mal, hör auf jetzt. So macht es keinen Spaß. Hä, du pickagst mich doch. Oh, nee, ich hab keinen Bock mehr. Echt jetzt. Hä, okay, okay, ich hör auf. Komm, komm hoch. Nee, jetzt hör auf, bitte, Mann. Ja, ja, ich hör auf, ich hör auf. Komm, komm hoch. Nee, jetzt hör auf. Dankeschön. Hä, du sagst, du mir, ich soll aufhören und dann machst du das Gleiche? Okay, okay. Komm, komm, komm. Ja, komm, mach doch weiter. Du weißt, dass du... Komm, 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 komm. Ich warte auf dich. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm. Komm raus. Komm. Na? Wie ist das? Ah, und wenn ich das Gleiche bei dir mache, dann rastest du aus, oder was? Ja, oder was? Okay. Oh nein, ich bin gestorben. Ja, Karma, Karma, Karma. Komm, jetzt schaffe ich das direkt. Dankeschön. Alter, nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ey, du gehst einfach weiter. Ja, natürlich. Okay, okay, das merke ich mir, das merke ich mir. Ey, nein. Ey, was machst du? Hä? Ich bin ganz normal weitergegangen. So, nee, 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 das geht gar nicht hier. Warte, wie viele Level sind es? 20 und wir sind schon bei 14. Oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Okay, kannst du bitte auf mich warten? Bitte. Bitte, du musst auf mich warten, okay? Dann please, bitte. Ey, hör auf damit. Was machst du, Mann? Ja, okay, ich hör auf, ich hör auf. Okay, bitte hör auf. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Okay, okay, okay. Jetzt komm. Du hast jetzt eine Chance bekommen. Oha. Oh mein Gott. Okay. Oh nein. Ey, nein. Du sagst, ich soll warten, aber du gehst selber weiter, okay. Okay. Oh nein. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los hier. Bitte warte, okay, bitte. Ein Pirates, flexibel. Hey, du bist doch vor mir. Ich heff das nicht. Ich heff das nicht. Heul doch jetzt nicht rum, Mann. Heul doch nicht rum. Ich heff das nicht, das ist schwer. Ich brauche eine Hilfe. Ist doch mir egal, ist doch mir egal. Oha, dein Ernst? Das ist schwer. Und warum schaffe ich es beim ersten Mal? Ja, weil du gut bist, aber ich kann das nicht und ich will das Geld haben. Ach, bitte. Und Pirates, bitte warte auf mich, please. Und bitte, flexibel, warte auf mich. Ja, ich warte doch. Du musst einfach weitergehen und... Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Du wolltest es so. Du wolltest es so. Okay. Okay, okay, okay. Ich merke es mir, ich merke es mir. Ja, okay, okay. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh nein. Ey, wo bist du? Ähm, ich bin schon weiter. Ey, dein Ernst? Ja, okay, ich hör auf, komm. Jetzt müssen wir hier direkt... Ey, ich lief gleich. Na, hä, warum liest du, hä? Ey, noch einmal, ich lief... Nee, nee, nee. Nein, komm, guck mal, Seenosh, hör mir zu. Nein, 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 nein. Seenosh, hör mir zu. Ja? Ähm, ich muss dir was sagen, was ganz wichtig ist, okay? Was denn? Ich hab langsam keinen Bock mehr, Mann. Hä, was war das für ein Creature? Hast du so ein Hundespielzeug bei dir, oder was? Nein, das war meine Stimme. Hä, was ist mit deiner Stimme los? Oh, hast du es nicht geschafft? Oh. Jetzt sei leise, Mann. Oh. Oh. Ey, hör auf, ich hasse das. Hör auf damit. Du bist schlecht, Mann. Warum bin ich jetzt schlecht? Ey, jetzt hör auf damit, ich hab langsam keinen Bock mehr. Hä, wieso hast du keinen Bock mehr langsam, hä? Ne, jetzt lass mich, hör auf damit. Hä, mit was denn? Ey, du pickagst mich gar... Ey, Mann, hör auf damit jetzt. Ey, Seenosh, was ist los? Das ist automatisch irgendwie, meine Maus hängt. Ja, okay, ich hör auf, komm. Ich hör auf. Ich hör auf. Ja, ja, alles gut. Ey, okay. Ich hör auf, okay? Ey. Ist das gerade dein scheiß Ernst, Alter? Hä? Ey. Was hab ich gemacht? Ihr habt doch gar nichts gemacht. Du schiebst es die ganze Zeit auf mich. Du bist halt einfach nur schlecht. Guck mal. Du bist selber schlecht, Mann. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Warte mal, Seenosh, guck mal. Wenn man schlecht ist, warte mal. Wenn man schlecht ist, dann braucht man halt mehrere Versuche, weißt du? Und bei dir sieht es gerade so aus. Ey, ist das dein... Ist das dein Ernst, Alter? Ist das dein Ernst? Wie? Wie ist das mein Ernst? Ist das dein Ernst? Du sagst, dass ich schlecht bin, obwohl du schlecht bist, Mann? Hä? Ich bin schlecht. Okay, komm. Wir machen jetzt. Komm, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Oh, meine Maus leck. Oh, das ist aus Versehen. Oh, sorry. Oh. Oh, was ist denn mit meinem Maus los? Oh. Oh, ich brauche eine neue Maus, glaube ich. Oh, nein. Meine neue Maus hängt. Oh, nein. Und dann weinst du wieder rum, wenn ich das bei dir mache? Oh, nein. Oh, nein. Oh, perfekt, perfekt. Meine Chance, meine Chance. Ey, jetzt lass. Oh. Hängt deine Maus immer noch, oder wie? Warum stehst du vor mir? Ja, okay, beruhig dich, beruhig dich. Komm, jetzt schaffe ich das. Ey. Ist das dein Ernst? Du hast mich gerade. Ey, ist das dein Ernst? Du hast mich gerade ge-Pick-Ex. Lass mich. Lass mich. Ey, hör auf damit, Mann. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Nee. Zaynash, was ist denn los? Du bist einfach schlecht. Komm doch jetzt einfach hierher. Komm hierher. Lass mich. Lass mich. Ja, ich lasse dich hier durch. Ich lasse dich hier durch. Komm. Guck. Wie sie lacht. Wie sie lacht einfach. Lass mich doch. Lass mich doch lachen. Was ist dein Problem? Ey, dein Ernst, dass du direkt weiter gehst? Haha, komm, komm, komm. Komm, komm. Oh, hast du das nicht geschafft? Oh, jetzt tust du mir voll leid. Warte ab. Ja, ja. Mhm. Ich warte mal. Ey, jetzt hör auf damit. Das war nur ein Spaß, Mann. Jetzt hör auf. Du hast nicht mal den Checkpoint geholt. Ey, ist das dein Ernst? Du hast nicht mal den Checkpoint geholt. Ey, hör auf. Ey, nee. Nee, hör auf damit. Hör auf. Ich warme dich. Hör auf damit. Hör jetzt auf damit. Komm, Zaynash, du schaffst es. Komm doch. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Ja, ja. Immer diese Ausreden. Komm, 1000 Euro. Nur noch ein Level. Trennen dich. Ich kann das einfach nicht. Jetzt kommen. Nur noch ein Level. Gib alles. Du hast es gerade beim ersten Mal geschafft. Komm. Oh, mein Period. Alles wegen dir. Ha? Oh, mein Mann. Jesus Gott. Das scheiß Ernst, Alter. Musst du mich jetzt killen? Nee. 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 Tschüss. Nein. Ich lief einfach. Ich lief einfach. Nein. 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 Ich lief einfach. Nein. Lass mich. Nein. Immer musst du scheiße wollen, Alter. Nee. Ich hab keinen Bock. Spiel dann definitiv alleine. Okay. Ohne mich, Mann. Nicht dein Ernst, Mann, ey. Ich wollte einfach mit der Definition. Und danach kissen mich. Ganze picken. Nee. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Nein. Tschüss. Was ist mit den 1000 Euro? Tschüss. Ja. Keine Ahnung. Nee. Tschüss. Ähm. Zaynosh, bist du noch da? Ähm. Leute. Ich glaube, Zaynosh ist offline gegangen. Es hat alles so geklappt, wie ich es wollte. Holy moly. Lasst auf jeden Fall ein Like da unten. Ein Abo für diese Aktion. Wie ich das wieder gut machen soll, weiß ich nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Haut rein. Euer Flakes. Ciao. Ciao.